Das Wetter wird Ihnen präsentiert von der Westsächsischen Wohn- und Baugenossenschaft. Bei uns wohnt die Zukunft. Auch morgen wird uns der teils stürmische Wind begleiten. Wolken dominieren am Donnerstag das Wettergeschehen im Sendegebiet. Immer wieder kann es regnen. Mit viel Glück lässt sich bei Tageshöchstwerten von 9 Grad auch mal die Sonne blicken. Bei Werten um die 10 Grad zeigt sich am Freitag der Westsachsenhimmel trübe und zugezogen. Mit Niederschlägen ist eher nicht zu rechnen. Bei gleichen Werten wie am Vortag erwartet uns am Samstag ein recht freundlicher Tag. Sonnenschein wird dann unser Begleiter sein. Nur am Vormittag ziehen harmlose Wolken herein. Am Sonntag ändert sich nichts an den eher frühlingshaften Temperaturen. Der Himmel bleibt zugezogen, regnen soll es nicht.